Herzlich Willkommen bei einer weiteren Runde Let's Play mit dem Schino oder Tony je nachdem und los geht's. So, verdammt Zettel und Stift, da ist der erste, ich hab immer, ey, bei der Menge was ich hier alles drin hab, draufstehen hab, ey, das ist echt unglaublich, scheiße, mir geht der Platz auf dem Zettel aus. Nimm den neuen Zettel halt, mein Gott. Oh Gott, mein Skype ist zu laut, mein Skype ist viel zu laut, mein Skype ist viel zu laut. Okay, nein, es ist eine Rechnung vom Bestellservice, jetzt muss ich. So, ja, hm, was machen wir jetzt überhaupt? Ja, wir wollten an den Stall für die Tiere weiter weiten und dann mal schauen, ob man paar Tiere fangen. Jo, stimmt, da war einfach was. Hier haben wir erst mal hier unser Weizenfeld und jetzt bis wohin. Also ich hab schon mal ein Stück noch hinten gebrüttelt. Also, nimm hier die Alkirik. Wie viel hab ich noch? 1, 2, 3, 6, 7, 8. Also 8 noch 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8 durfte von der Größe her reichen, oder? Ich mach jetzt einfach mal hier, ich hab ja schon einen Gang weiter gebaut. Oh, das wird die ganze Ecke ausholen. Ähm, ja. Okay, Moment. Dann muss ich auch noch da rein. Kann ich ab da lang? Ich hab Eisen gefunden. Oh, das wird knall. okay wie viel Eisen ist also jetzt 6 Eisen ja ist doch mal was er hast du Fackel ja ein paar Fakten habe ich immer dabei ey wie soll es jetzt auch noch nach da bauen wir bauen noch Kühe und Schafe und etc. und was jo hoffentlich wird das dann auch mal hoffentlich wird das dann auch mal was das wird eine Weile da müssen wir das Projekt fertig haben wochen das hat niemals fertig das ist klar das ist wahrscheinlich blub 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 ich bin durch auf meine Frage wie sich auf den Namen das ist aus dem Video von dem man sich mal gespielt wird aber was du selber gespielt das auch an das hat jetzt das ist Prozent ich hab dich damit mit Provenzern Burschen genau aus dem Video das Gefall das ist ein Stil und zu den Krieg nicht schlecht klingt bis Japanisch müssen und so in Japan muss treten wie aber keine Schlitzaugen ihr habt als welcher Bild und anstelle dann sie können es auch nicht weiß es ist nicht ob ich das drauf ehrlich ich glaube ich habe das macht ich bin natürlich für die Welt mit Leitleute er weiß dass es sich wie die Nacht ist es dir schon klar kann man den Monat kann man den Monat da hat alle nicht als meine Freundin behauptet das Gegenteil was du sagst es ist wieder Tag ich bin schon wie die Nacht war mein Teil der Haare kommt auf an wenn sie goth ist dann ist es auf jeden Fall ein Kompliment hässlich wie die Nacht weil die Goths lieben ja die Nacht ich hab mich immer mit einem unterhalten ist in meiner Seminargruppe und der hat gesagt das ist keine Blei und das ist ein Kompliment bei uns hab ich gesagt dann sei ich eben so hässlich wie der Tag und wir brauchen vor allem eins wir schaffen mit Silk Touch damit wir Gras hier haben weil sonst wechselwolle nicht richtig dann tun wir halt ein bisschen warum machen wir es nicht einfach so wir machen bei den Schafen halt einen Dirtboden rein ja das meine ich ja das Graswechsel so oder so oder das Dirt drüber ähm nein eben nicht meinst du das in den dunklen Ecken das nicht mal klappt ne da braucht es schon eben Gras ansitze damit sich das wieder rauswächst ach so also muss ein Block mindestens Gras haben jo wir könnt natürlich auch einfach eine Dirtspur von oben nach unten setzen ja Unmöglichkeit aber da hat es dort ein bisschen scheiß drauf Aaron darf ich mit meinem Lieblingswerkzeug arbeiten? äh welches wäre das? äh welches wäre das? die Feuerzeuge und TNT nein äh weil äh dann würde ich das machen werden erstens ich hab das Feuerzeug nicht das ich das müsste ich mir dann auch noch besorgen blablabla ich könnte das Feuerzeug glaube ich craft ich meine ich hatte vorhin mal ich hatte irgendwann mal hier äh wie nennt sich das jetzt Flint und ich hab 6 und ich hab 6 Iron Ore was ich mal fragen läuft läuft das Server flüssig oder bist du type ein bisschen am Lagen? also bei mir läuft alles flüssig gut weil ich habe flüssiger als scheiße bei mir äh na gut das war schon wieder zu viel äh der war eh klar ey der erste Tag der erste Tag den wir verwenden können scheiße äh stift dann probier mir nicht die alten Tags einfach raus ja weil es jetzt ne neue Main Session ist und daher braucht man neue Tags ich werd einfach alles rausgepinnen und das Leben nochmal reinsetzen einfach alles random eingeben was der einfällt zu Minecraft das hab ich ja schon einmal und dann hat noch die Special Tags ja dann hat noch die Special Tags äh ich glaub ich hab das letzte mal die Liste vorgelesen das sind n Haufen synchron kaputt jo hab ich mir auch gedacht na nu den seine geht jetzt auch kaputt oder wie ja ich muss jetzt nur noch die Decke machen also eins höher dann passt das dann bin ich fertig ja ich mach nicht weiter dann müssen wir noch ne Abgrenzung reinbauen machen wir Dreckgehege oder Viere wegen Hühnern noch mit machen wir Viere ja wie machen wir die Hühnerfamilie an über Weizen oder über Eier? über Eier? über Weizen ist wer Eier 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 aber ist das mich richtig nahe kotzt jetzt zur Zeit ich würde auf YouTube einfach ein Video angucken auf einfach Stelle da das Video ist wegen GEMA gesperrt ja da benutze ich auch den YouTube Unblocker Funktioniert nicht mehr fuck wir haben eine neue Prozent neun Kopenkrutierung reingesetzt und dass kein Blut am Blocker mehr geht egal was ob die Proxytypen am Blocküte die Eier Eier kommen nicht über dann ist einfach ein Proxy-Server und demnächst 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 die Adresse zum Beispiel Amerika ja ja da musst du aber erstmal eine gescheiten Proxy-Server finden äh bekaufst du dir ein das kostet meistens nur einen Euro so Semper Video hat da schon viel viele rausgebracht schon Videos raus zu rausgebracht wie man das ohne irgendwelche Hindernisse komplett legitim machen kann weil ich spreche auch alle ihre Videos ab mit anwälten damit die da eben nicht Ärger kriegen weil es ja schon scheiße weil die machen haben jetzt glaube ich wieviel ich glaube 2800 Videos oder so und zu Grund abbauen sogar naja fast ich habe eine Spinne ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ah meine Mutter ist da ich bin gleich wieder da so und da sind wir wieder Tonja hat schon weitergebaut und ich würde gerne hier raus ich habe hier ich habe hier was durch gib mich Axt gib mich Hacke lol was war denn das grad eben Why äh sagen wir es mal so grad eben standest du noch hier und in einer Sekunde standest du hier und alles zerstört ok lag vielleicht I don't know ja aber bei mir redest du komplett lag frei deshalb wundert es mich I don't know wie gesagt 4 6 also laut Anis Search hat äh wie heißt es jetzt SAO Sword Art Online immer noch 25 vielleicht gibt es nächste Folge nächste Woche noch ein Special oder was weiß ich was weiß ich was meinst du Toni was gibt es demnächst auch von Salt Art Online oder gibt es überhaupt noch eine Fortsetzung also mir wurde erzählt es gibt noch eine zweite Staffel soll ein dritte Spiel noch rauskommen was so wird online halt weiter sind nach Alfame Online das wäre schön weil ich machte den Anime wirklich der Anime ist einfach nur godlike weg ich finde es einfach nur so geil aber die beste Stelle war ne 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 ich spoiler ich spoiler nicht ich spoiler nicht nein Leute vergiss es vergiss es doch ich denke jetzt ist sie die meisten Zuschauer dürften das jetzt schon gesehen haben von da ist es rain trotzdem spoiler ich nicht das mag ich nicht ich mag keinen Spoiler ach komm nur ein bissl nie ich voller nicht ich hab mir das abgewöhnt ok so war das Rezept für Kekse nicht traust du noch nicht mich dazu Lob, ich habe dann eben 64 Kekse gemacht. So, ich habe drei Käfige, jetzt brauche ich mal noch einen vierten. Ein Moment, meine Mutter ruft mich.